Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Party-Scene-Kisten aufmachen und dazu bin ich hier einmal auf meinem Schamanen. Mit dem habe ich noch ein paar Kisten rumliegen und mir fällt gerade ein, vielleicht sollten wir nicht den Bearbeitungsmodus, sondern den Sound einmal anmachen. Ah, habe ich schon angemacht, okay, perfekt. Ich habe nämlich in der letzten Aufnahme All the Things nicht aktiviert, beziehungsweise Sound hier auf dem Twink nicht an, aber jetzt haben wir das einmal gemacht und jetzt sehen wir auch, was mir noch fehlt. Mir fehlt beim Shami noch ein einziges letztes Item und zwar die Wellensprecher-Handschuhe und ich hoffe, dass ich die jetzt mal rauskriege. Ein paar Kisten haben wir rumliegen, 20 Stück werden wir jetzt öffnen und ja, ich würde sagen, wir steigen ein. Erste Kiste ist einmal der Umhang, den brauchen wir nicht. Dann haben wir die Waffe, das brauchen wir auch nicht. Noch eine Waffe, einen Ring. Nummer 5 ist ein paar Schuhe, dann die Hose, die Waffe, nochmal eine Waffe, nochmal eine Waffe, den Kopf, ach komm, jetzt könnten die Hände schon langsam mal drin sein, ein Ring, nochmal Schuhe. Ich müsste mir mal die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass ich die Ding ziehe. So, so gering ist die gar nicht, ne, weil es sind vielleicht 10, 15 Items overall drin, also verschiedene. Eine Hose, Trinket, nochmal der Kopf, so, jetzt haben wir noch 5 Kisten. Schuhe, ein Umhang, Handgelenke, bitte, bitte gib mir die Handschuhe. Oh no, das wird schon wieder nix. Ein Hals, ach, ich hab einfach kein Glück, also das letzte Item will einfach nicht, ne. Bei den anderen Klassen sieht es ähnlich aus, beim Demon Hunter fehlt mir nur eins, beim Shami fehlt mir nur eins, beim Schurken sind es jetzt noch 2 und gut Todesritte, da habe ich jetzt noch nicht so viele aufgemacht, da sind es noch ganze 6 Items. Aber gut, 17 Kisten habe ich noch, ein paar muss ich noch farmen und sobald ich wieder genug habe, würde ich sagen, melde ich mich wieder an der Stelle und ja, damit verabschiede ich mich schon mal hier, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.